Hallo zusammen in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere neue Kamu Abhackmatte vorstellen. Wir haben die komplett neue Kamu Range mit Taschen, Abhackmatten, Rucksäcke, Bauchtaschen, Hitbags, Slingbags, alles drum und dran. Ich werde euch zu jedem der neuen Produkte in einzelnen Filmen haben und in diesem Produktvideo stelle ich euch mal die neue Abhackmatte vor. In einem stylischen schwarzen Kamu, wie ihr sehen könnt, klein kompakt verstaut mit dem Tragegriff, zwei Gurte, Pastamilie, Peggelbox oder auch in so einem Kamu Rucksack kann sie befestigt werden. Das zeige ich euch gleich am Ende vom Film noch. Zur Tasche selbst, wie schon gezeigt, ein kleines Transportmaß. Wir können die Tasche rollen bzw. falten. Ich habe sie jetzt gefaltet. Zeige ich sie mal aus und klappe es mal um. Und gleich zum Umklappen, wie ihr sehen könnt, ist ein Fußpettengefüttertes. Das ist einfach, wenn ihr den Fisch abhakt bzw. messen wollt oder fotografieren wollt, könnt ihr drauf drehen. Dadurch bleibt eure Knie und eure Hose sauber. So wie ihr bekommt keine nasse Knie und ist einfach ideal zum Fischefotografieren und schonend zu behandeln. Die Gesamtlänge ist 1,30 m und die Breite ist ca. 35 cm. Wobei hier ein Maßband aufgedruckt ist mit 1,20 m, sprich auch für die große Hechte. Zum Material selbst, gefüttert, um den Fisch zu sohn. Abwaschbar, trocknet schnell, ist geruchsneutral und somit ideal als Abhackmatte geeignet. Wenn ihr die Matte wieder schließt nach dem Angeln bzw. nachdem ihr den Fisch schon zurückgesetzt habt und fotografiert habt, einfach die Clips wieder schließen und die Abhackmatte in eure Tegelbox bzw. Tasche verstauen. So wie auch in unserem neuen Camo Rucksack zu befestigen. Hier einfach die Clips öffnen, verschließen und ihr könnt den Rucksack wieder aufsetzen. Ihr habt eure Abhackmatte immer dabei, griffbereit und beim Angeln die Hände frei müsst nicht extra noch eine Abhackmatte irgendwie mittragen. Den Rucksack stelle ich euch in einem separaten Film vor. In diesem Sinn, euch alle viel Spaß beim Angeln, dicke Fische und Petri Hall.